Herzlich willkommen bei Taxi Osterkamp. Seit über 30 Jahren bringen wir Sie schnell und sicher ans Ziel. Unseren Hauptsitz haben wir seit 1991 in Kirchdorf und sind mit zwei Filialen in Urte und Sulingen in der Gegend vertreten. Mit unseren 15 Fahrzeugen sind wir dabei immer für Sie unterwegs. Unser 16er Bus eignet sich für Gruppenfahrten jeder Art. Junggesellenabschiede, Tagestouren, Diskofahrten und vieles mehr. Hier können Sie als Gruppe mit bis zu 16 Personen richtig Geld sparen. Ein besonderer Service ist unsere Rollstuhlbeförderung. Mit elektrischen Rampen in unseren Bussen können wir jede Art von Rollstühlen befördern. Dabei haben bis zu vier Rollstuhlfahrer im Bus Platz. Wir freuen uns darauf, auch Sie als Kunden begrüßen zu dürfen. Ihr Team von Taxi Osterkamp Deine Kamp Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Decorfer sowie Veranstaltungen Veranstaltungen Fürsònguencia Veranstaltungen Veranstaltungen